Und jetzt! Hey Leute, im heutigen Video testen wir den neuen Funky und den Kobold Riesen. Zusammen ist es ein ziemlich gutes neues Metadeck, das ich so gefunden habe in TV Royale. Der Funky hat es in Reichweite von plus 0,5 dazu gekommen, also ein halbes Feld Reichweite. Das kann eine ganze Menge ausmachen, wirklich. Der Kobold Riese an sich ist einfach eben, ich glaube ein bisschen mehr Leben und die Sperrkobolde können ein bisschen weiter aus weiterer Entfernung eben Schaden machen. Und allgemein denke ich, dass das Deckwege stark sein könnte. Und wir springen in eine Quyen Challenge rein und schauen, wie stark es sein wird. Also wir machen jetzt die Ausfalltruhe für Großer Champion auf. Oder die Großer Champion Ausfalltruhe machen wir auf, so kann man es sagen. Auf geht's. Okay, 9000. Barbaren oder Königsrekruten? Nehmen wir Barbaren erstmal. Infernoturm oder Graschen? Ist egal, ist auch ein Ex. Aber stimmt, hier kriegen wir Star Level. Hat sich gelohnt, stimmt. Jetzt haben wir Star Level bekommen. Pumpe. Können wir aber wieder Star Level, oder? Ja, 590 Star Punkt, egal. Wäre die auch? Ne, wäre nicht animiert, schade. Ja, Rakete. Immer die, die Star Level. Ja, klar. Ich weiß gar nicht, kriegen wir da keine dann? Ich glaube nicht. Immer die, ja, wieder Star Punkt, die für die Legalakei. Und jetzt halt interessant. Epische Karte brauchen wir vor allem. Ich will vor allem den E-Twagon. Ne, okay, das ist gar nichts. Da kriegen wir mehr Gold. Irgendes Shine Skeleton wäre dann Max, dann machen wir das. Und jetzt halt die Frage, ich glaube, wir kriegen 2. Weil es um das allerletzte ist, also noch nach den 45 epischen Karten, jetzt sollten wir hoffentlich 2 legendäre Karten kriegen. 2? Ja, 2. Hm, was machen wir jetzt? Jetzt habt ihr es aber echt schwer gemacht. Es waren am Anfang erst alle für Holz. Jetzt waren aber mehr für Geist. Ja, okay, jetzt sind Leute... Hey, was war das denn? Jetzt haben erst alle sofort in der ersten Sekunde Holz reingeschrieben. Wirklich alle. Und jetzt schreibt einhörtlich mehr Geist rein. Dann machen wir das auch, okay. Ja, ich halte mich einfach für euch. Kann ich auch traden, ja, ich weiß, aber ich mache Holz im Geist. Okay. Auf geht's. Noch 2 Siege, genau. Highlight gesetzt, wenn ich die 5 Siege schaffe, ich wähle schon mal 3-0, dann kriege ich, was hast du gesagt, eine Spende oder Bits? Ich weiß es gar nicht. Egal, kriege ich irgendwas. Da bin ich gespannt. Bisher stehen wir 3-0. Ich bin mal in den Funk hier rein. So. Magie schützt, okay. Ich bin ein Magier. Wir könnten natürlich aggressiv reingehen. Ich überlege gerade, sollen wir? Ja, ich glaube schon. Achtung, gehen rein. So. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Wir könnten hier einen Feuerball draufwerfen, machen wir erstmal nicht. Jetzt werfen wir den Feuerball drauf. Ah, das starke macht. Das starke macht. Da wird natürlich jetzt nicht der Magier angegriffen. Aber jetzt? Immer noch nicht. Jetzt? Jetzt. Nein, die Speerball wollte überleben. Ganz drauf geachtet. Ey, die. Wie heißen die Dinger denn? Fledermäuse. Mies. Ich bin auch gesappt. Ganz starker Zapp von ihm. Da habe ich jetzt verkackt, leider. Da dachte ich, oh mein Gott, das war so schlecht von mir. Okay. Wir warten ab erstmal. Wird ein Funk hier? Ah, ist schwer gerade. Ach, ich bin auch. Okay, wir spielen beide selber. Er spielt mit Zapp und wir spielen ohne Zapp. Das ist halt nicht so geil, ne? Er hat den Zapp. Ich habe keinen Zapp. Das ist wirklich nicht geil. Für 1500 Witz. Das wäre ganz schön ordentlich. Achtung, aufwarten. Und jetzt. Das war einfach nur unfassbar, bitte. Was? Äh, was? Sein Funki kriegt zwei Schüsse raus und unser gar keiner? Warum? Okay, so, was mache ich jetzt? Ich bin jetzt irgendwie daneben. Glass-Kobald-Zeichen. Was? Ja, wie hätte ich auch... Ja, das war echt stark. Aber trotzdem, was soll ich halt dazu sagen? Was soll ich halt machen? Er hat einen Zapp. Er hat einen Tornado. Was soll ich denn machen, ne? Das ist richtig mies gerade gelaufen. Okay, so, jetzt haben wir den defensiven... Wie heißt das denn denn? Den defensiven... Wie heißt das denn? Ich habe es nicht geklappt. Sehr egal. Und... Sehr, sehr gut. Na, zum Beispiel nicht wieder die Dings, die... Ja, die Bats. Das ist gar nicht geil. Also, es ist nicht einfach gegen ihn. Wirklich nicht. So, schauen. Was bringen wir hier? Der nächste Funki rein. Wahrscheinlich Zappen, oder? Ja, wir laufen halt wieder voll in seinen Funki rein. Aber das kann echt gut werden. Wir bringen uns hier direkt einen Feuerball drauf. Das gibt es nicht. Das ist absolut... Das ist ja die Horror-Kombi für uns. Wir können ja gar nichts machen. Der wird sterben durch die Reichweite hier. Was ist der Fokus um? Ich schieße dir den Gegner. Ich kann absolut nichts machen. Ich kann nichts machen. Wir warten einfach mal... Wir warten einfach mal... Eine Minute auf den Gegner bei drei Siegen. Das ist schon sehr komisch. Das muss aber auch ein richtig krasser Gegner sein. Oh mein Gott. Geil. Riese gegen Funky. Das ist absolut... Also, Funky gegen Riese. Andersrum. Das ist absolut krank gut für uns. Oh, er hat auch einen Funky. Das ändert einiges. Okay, mies. Wenn er jetzt einen Zapp hat, ist das ganz schlecht. Jetzt darf er keinen Zapp haben. Okay, mal schauen. Abwarten. Sehr, sehr geil. So lange wie möglich abwarten. Er wird wahrscheinlich noch einen zweiten Schuss rausbekommen. Das ist in Ordnung. Let's go. Das ist halt absolut geil. Das ist halt einfach nur krank. Wenn man da eben bekommt, den Funky zu beschützen natürlich. Sperrkobolder müssen wir uns jetzt hier retten. Schnell. Sperrkobolder. Sehr geil. Funky. Und das ist das 1-0. Er bringt sogar noch... Oh, das ist schlecht von ihm. So, wir gehen jetzt weiter rein. Ah, nee. Ist fast alles tot. Das war jetzt schlecht von mir. Wobei er noch deafen muss. Er wird einen Schuss, vielleicht sogar zwei bekommen. Er selbst. Das ist in Ordnung. Okay, er hat auch noch Elixier ausgegeben sein müssen. Ja, wir führen 1-0. Was soll ich sagen? Geil. Liegen wir vom Elixier her hinten oder vorne? Ich weiß es nicht. Am besten, wir warten jetzt einfach ab. Würde ich jetzt sagen, ne? Wir warten einfach ab. Wenn wir einen Blasto-Kobold setzen, kostet es drei Elixier. Wenn er dann reingeht in der Sekunde, dann fehlen uns drei Elixier. Das kann unangenehm werden, wirklich. Das sollte man lieber nicht vermeiden, sowas. Weil drei Elixier, die einem fehlen, das kann sehr, sehr unangenehm werden, wie gesagt. Deswegen lieber vermeiden. Okay, das ist interessant. Was macht er jetzt? Was jetzt? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hätte hier ein Holz setzen können, aber ich lasse es lieber. Der dessen Hebel ist für die Verteidigung lieber auch. Atme uns hier ab. Ich muss nochmal zeppen, sehr gut. Föber hier drauf. Schnell, schnell, schnell. Gut. Ja, klar. Sehr gut. Wir bleiben maximal defensiv, dass wir auf jeden Fall den Sieg hier reinholen können noch. Wir haben... Ah, wir haben Stimmfunk hier. Egal. Stimm, das ist kein guter Kombi von ihm. Das ist nicht gut. Vielleicht lieber den Funky setzen sollen, dachte ich mir erst. Aber es geht in Ordnung. Schnell, Speckobald. Der kann jetzt hier zappen. Das kann gefährlich werden noch, aber es sollte klar gehen. Der zappt auch, war stark von ihm, aber es sollte klar gehen. Ja, okay. Wir haben eigentlich alles im Griff, soweit. Es geht in Ordnung. Defensiver Kobold Riesel C rein, würde ich sagen. Der kann wehtun. Das ist nicht so optimal gerade. Wir haben jetzt wieder keinen zappen dagegen. Fledermäuse, Feuerball. Ja. Sehr gut. Wir müssen uns bitte auch töten. Genau. Optimal. Also, so ganz überzeugt bin ich jetzt hier nicht in dem Match, muss ich ehrlich sagen. Weil, ich hatte einen übertrieben guten Start, weil er wirklich schlecht gespielt hat. Muss man einfach so sagen. Und wir schaffen es trotzdem nicht. Ja, schon Steffen. Ja, Sepp, klar. Wir schaffen es trotzdem nicht, absolut souverän zu gewinnen. Also, das hätte wirklich souverän ausgehen können, finde ich. Wir gewinnen trotzdem relativ knapp noch. Wir haben uns komplett gedaffed die ganze Zeit und trotzdem gewinnen wir relativ knapp. Ich bin am überlegen, ob wir den Kobold Riesen draußen im normalen Riesen reinnehmen auch die ganze Zeit. Weil, ich finde den Kobold Riesen persönlich nicht so stark. Danke an Pedizzle, er spendet 10 Bits. No chance, stinkt. Alles klar. Ich bin halt wirklich am überlegen, ob wir das Deck nochmal abändern. Oder sollen wir es so lassen? Also, ich persönlich glaube, dass Kobold Riese kacke ist. Genau. Ich persönlich glaube, dass der Kobold Riese kacke ist. Aber ich habe schon das... Wir ziehen es einfach mit dem Deck durch. Wir haben jetzt schon damit angefangen, wir machen es einfach so weiter. Wir ziehen es jetzt durch mit dem Deck. Wir wissen, wir haben es damit angefangen. Dann will ich jetzt nicht zwischendrin wechseln. Bist du der größte deutsche Ports? Das erste Mal bei Big Spin auf Four Stars D. So ziemlich, denke ich. Es gibt noch Tobis Plymouth Talk. Morten und Florby vielleicht auch noch, aber die sind halt nicht so aktiv, richtig. Dann bin ich eigentlich schon so ziemlich der größte nach Big Spin, ja. Denke ich. Ich weiß es nicht. So, auf geht's. Nächstes Game, wenn wir jetzt gewinnen, dann hätten wir die 5 Siegel schon mal. Das wäre doch ganz solide. Gegner spielt mega Lakai. Hm, okay. Was machen wir jetzt da am besten? Das geht klar. Die schalten sich gegenseitig aus, okay. Kann sie machen. Und wir bringen Blasokobald rein, ja. Warum nicht? Wir bringen keinen Schaden und dann müssen wir noch Deffen. Und er hat auch kein Barbaren fast mehr. Also ist eigentlich in Ordnung. Aber was machen wir jetzt hier, ist die Frage. Gegen seinen Baby-Torren. Würde ich sagen, bringen wir Sperrkobolde gleich. Ich habe ein bisschen lange gewartet, vielleicht weiß ich noch, denke ich. Nein! Oh, das ist wieder so schlecht, ne. Was mache ich da? Oh Gott. Egal. Okay. So. Äh, Königskrise, oder? Denke ich. Mal schauen. Oh, das ist geil für uns. Sehr, sehr geil. Sehr gut Feuerball. Hm, jetzt habe ich wieder kein Elixier gerade, um irgendwas zu machen. Sperrkobolde rein. Das wird aber wahrscheinlich einen schlechten Barbaren fast spielen. Das weiß ich aber schon. Deswegen habe ich es auch noch hinten gespielt. Trotzdem ist es nicht geil. Ist gar nicht geil. Alles geht klar. Also ich finde den Koboldriesen, muss ich bisher sagen, schon sehr, sehr schlecht. Vom ersten Eindruck her. Oder vom bisherigen Eindruck her eher. Ich weiß es nicht. Aber mal abwarten. Vielleicht unterschätze ich ihn noch. Ist halt eigentlich eine aggressive Karte, aber so richtig aggressiv will ich den gar nicht setzen. Ah. Na egal. Okay, mega Lakai. Dann würde ich sagen, bringen wir jetzt den ersten Koboldriesen rein. Wir müssen eher mit dem Funky arbeiten. Defensiv ist wichtig. Jetzt mal schauen. Das wird wieder sehr schwierig werden, ganz ehrlich. Jetzt bin ich gespannt. Also gefühlt können wir gar nichts machen, schon wieder. Das gibt es doch gar nicht. Koboldriesen ist so schlecht, gefühlt. Oh, ist der schlecht. Der ist ja absolut schlecht. Okay. Das geht klar. Hoffe ich. Jetzt funke ich. Aggressiv nach vorne. Er bringt keinen Königsriesen. Schade. Er bringt stattdessen seinen Ofen. Das tut weh. Das Problem, was wir haben, ist, dass er die Lufthoheit so ein bisschen hat. Nicht nur so ein bisschen, ja. Die eindeutige Lufthoheit. Das ist ein großes Problem gerade. Oh, schlecht. Oh mein Gott, das ist schlecht von ihm. Was hat er jetzt? Der Funky. Oh mein Gott, er hat zu spät. Er hat zu spät darauf reagiert. Sehr geil. Nächster Funky. Klar, Königsriese kommt, aber bringt ihm das was? Holz drauf. Funky. Wir haben verloren wahrscheinlich jetzt, ne? Oh mein Gott, der Funky verkackt einfach komplett. Was? Es sah nach einem Sieg aus, wenn er mir doch verloren. Oh, weil der Gegner spielt 3M-Riese. Aber das ist nicht gut für uns sogar. Wir haben eigentlich, glaube ich, schon ein ganz gutes Match gegen 3M-Riese. Mal schauen. Nochmal Bits. Belohnung? Welche Belohnung für was denn? Aber danke. Belohnung? Wir müssen noch was davor sitzen. Er hat halt wirklich einen Zap drin, ne? Er hat einfach einen Zap drin. Was soll ich machen? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Was machen wir denn falsch? Wir müssen wahrscheinlich aggressiver reingehen. Hm, der Darko macht das gut, okay. Okay. Was mach ich jetzt am besten? Ich muss eigentlich aggressiv reingehen, aber das ist sau schwierig. Okay. Oh, bitte holen wir jetzt nicht... Oh, mein Gott, das wäre so, bitte, wenn wir jetzt nur irgendwie 4-5-0 holen. Ich würde Magie schützen. Okay. Was kommt jetzt noch? Oh, mein Megalakaai. Ist los. Er Zap, okay. Das ist verdammt viel Schaden gewesen. So, schauen. Und er... Na, okay, er bringt noch Fledermäuse, okay. Hätte ich vielleicht lieber jetzt nicht noch ein Ding setzen sollen. Einen... Dartgoblin. Ich hab halt irgendwie Angst gehabt, dass er dann vielleicht... Es hätte sein können, dass er dann vielleicht irgendwas gesetzt hätte gegen unseren... Ihr wisst, was ich meine. Gegen unseren Push. Halt. So, was wir jetzt machen, ist wieder reingehen, aggressiv. Wenn die 3 Musketiere bringt, haben wir direkt einen Feuerball auf. Alle 4 drauf. Äh, alle 3. Alle 4, ja, man kennt es. Ja, wir haben aber nicht alle 4 getroffen. Trip. Das ist nicht so geil. So, wir haben Megalakaai überlebt. Sehr gut. So, wir können halt aufpassen. Bring hier schon mal einen Tollenkribbel dran. Den Holz drauf, logisch dabei ist. So, jetzt aufpassen. Kriegen wir das noch irgendwie gedefft? Kriegen wir das noch gedefft? Ich glaub schon, ne? Da... Oh mein Gott. Alter, der Dart-Koplin. Was macht der denn da? Aggressiv. Sehr geil. Jetzt passieren wir hoffentlich nicht zu viel Schaden, aber ich glaub eher nicht. Bin ich gespannt. Kriegen wir das hin noch? Ja, knapp. Ja, knapp. Sehr schön. Absolut schönes Spiel. Und damit gewinnen wir und haben immerhin den fünften Sieg. Sehr geil. Man streamt Jonas immer. Ich stream immer um ungefähr 17 bis 20 Uhr. Also in diesem Zeitraum ungefähr. Ich spiele nie wieder Koboldrisen. Also ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich werde den Koboldrisen erstmal nicht anfassen. Ich habe ihn davor schon sehr, sehr schlecht gefunden. Für mich eine der schlechtesten Karten davor. Er wurde ein bisschen gebufft, aber es reicht nicht aus meiner Meinung nach. Also es ist einfach festspielig und auch schlecht. Kann auch sein. Aber so Eindruck bisher, ich weiß nicht. Also ich finde ihn nicht so überzeugend. Versuchen wir es jetzt mal. Das ist ein perfekter Zeitpunkt für einen aggressiven Koboldrisen. Aber ob das klappen wird, weiß ich nicht. Okay, ich bin ein Mega-Retter. Das finde ich jetzt interessant. Der war zu aggressiv, der Feuerwehr. Der war zu aggressiv. Der war nicht gut. Nein. Egal. Okay. Ist in Ordnung. War kein 5 zu 0. Alles klar, Heidi. Danke. Trotzdem danke für die Witze. Ich lese es gleich vorhin noch. Ähm. Speckabold. Er hat gesäppt sehr gut. Okay. Er dreht sich um. Kann er gerne machen. Ich gehe mal rein. Komm. Treff doch. Hm. Zu lange gebraucht. Tunnel-Kreiber muss davor kommen. Aber er schiebt trotzdem weg. Er schiebt trotzdem weg. Fand ich gut. Das war gar nicht gut. Das war zu viel. Wir geben immer wieder zu viel Elixier aus, leider. Das tut weh. Na, selbststark. Wieder ein Problem jetzt. Es wird schwierig werden, das Match. Das Match kann richtig hässlich werden. Oder muss ein defensiver Tunnel-Kreiber bringen. Das ist gut für uns. Jetzt mal schauen. Ich kann mir einen guten Funky-Push aufbauen. Die Bandage-Change sind live, ja. Die Bandage-Changes sind schon live. Wer es nicht mitbekommen hat. So, er bringt Funky rein. Wir sollten fast einen Feuerball auf seinen... Inferno-Drachen draufhauen, dass er resetet wird. Weil ich glaube, er wird definitiv versuchen, die Dings reinzubringen. Den Inferno-Drachen. Da haben wir sofort einen Feuerball drauf. Genau. Also nicht sofort. Natürlich kurz abwarten. Das ist ja resetet wird. Das ist so weh. Lade! Nein! Oh, er zappt noch. Sehr schön. Das war sehr gut für uns. Wir haben sogar den Miner-Predikt. Wollte ich gar nicht. Okay. Nächster Kobold-Riesen nach hinten. Er muss eigentlich fast noch drauf reagieren, oder? Ne, jetzt nicht. Und er kriegt den Hit nämlich jetzt raus hier. Sehr geil. So. Nächster Funky. Der kann jetzt richtig Value rausholen. Jetzt bin ich mal gespannt. Platz Kobold an die Seite. Klar, Poison kommt. Daran trinkt nicht so viel. Sperrkobold kommen leider zu spät. Aber ist in Ordnung. Sehr, sehr stark. Man kann es jetzt hier zum Beispiel. Jetzt können wir gleich wieder hier mit unserem nächsten Kobold-Riesen reingehen. Ah, der Turm hilft mit. Okay, der Turm hilft mit. Sehr gut. Und jetzt geht mit dem, glaube ich, Schaben. Tunnelkleber rein. Connected here. Reicht das? Ich glaube, es reicht, ne? Feuerball. Oh, okay. Wenn es nicht reicht, hätten wir verloren. Ich glaube, weil wir die Lakai nicht getroffen haben. Wir haben einfach die Lakai nicht getroffen. Das wäre immer richtig, richtig mies gewesen. Es kam nochmal Bitsspenden rein. Danke dafür. Was ist das denn? 1.400 Bits, das ist von Heidi. 1.500, alles klar. Danke dafür, Heidi. Und noch eine Frage von Semi-GHG für R45-Spitzspenden, die ihr ihn fragt. Was war in der Saison-Belohnungs-Chest? Achso, da haben wir... Da haben wir... Was haben wir da gezogen? Zwei Königsgeister. Und noch irgendwas anderes. Die anderen Karten waren, glaube ich, alle Mags, die wir gezogen haben. Die waren nicht so nice. Aber wir haben zwei Königsgeister gezogen. Die haben echt was gebracht. Auf geht's, nächstes Game. Okay. Ich denke, wir werden mit dem Holz in der Bahn fast drauf spielen. Das war klar. Okay. Ich glaube, ich spiele direkt in Tunnel-Grippe rein. Hm, was? Okay, wir brauchen einen Funky. Das habe ich natürlich komplett geplant. Oh mein Gott, okay. Das wird's hässlich. Okay. Das war Schaden. Die Frage ist... Was macht der Funky da? Die Frage ist... Was macht der Funky da? Okay, was war das? Das war ja saukomisch gerade. Okay. Oh. Mit dem Fernortrag habe ich jetzt nicht gerechnet. Aufpassen. Ach, komm. Als ob er noch in den Elektrom... Es kam noch ein Zap rein, danke. Als ob er noch den Elektromagiat, ne? Der gönnt sich den kompletten Konter. Gefühlt. Ah. Weiß nicht. Hm, der Bahn fast hat er ja, stimmt. Er hat keiner mehr Bahn fast gerade. Nein. Oh mein Gott, ich bin aber kracht so... Kack, seht ihr euch das an? Das ist doch grauenvoll. Ist halt wirklich so. Das ist einfach grauenvoll, ne? Was soll ich dazu sagen? Okay, gut. Das ist aber in Ordnung. Ja. Okay. Lassen wir's mal durch. Oh Gott. Ja. Absolut geiler Feuerball von mir. Kohle, die Riesen nach hinten. Seitdem du keine 3M mehr spielst, spielst du auch gegen keine 3M Konter mehr. Das hab ich gar nicht drauf geachtet. Das könnte sein. Das wär natürlich, ja, typisch. Oh, ich bin zu spät. Da ist dieses fette Inferno-Trochen-Ding einfach zu, zu teuer. Äh, zu, zu tanky für. Nicht zu teuer. So, hier ein Holz drauf. Ja, wir können gefühlt nichts machen irgendwie. Also, Kobold-Riese. Kacke. Überzeugt mich überhaupt nicht. Okay, das ist interessant. Was ist das jetzt? Das ist interessant jetzt. Okay. Frost auch nochmal. Okay. Das könnte uns jetzt unter Umständen nochmal die Möglichkeit eröffnen, nochmal eine Chance zu haben. Mal schauen. Bring Todelkreber rein. Bring auch nochmal Dings zu haben. Genau. Das ist sau aggressiv in dem Zimmer. Komm. Ach komm, das ist so lächerlich, ne? Wieder keine Chance. Sechst sich genug. Ich bin nicht überzeugt vom Deck, muss ich wirklich sagen. Kobold-Riese finde ich weiterhin sehr schwach. Funky kann ich nicht einschätzen. Aber das Deck wollte... Also Kobold-Riese ist wirklich schwach. Funky kann ich nicht einschätzen. Funky ist eine interessante Karte. Ich weiß, ich habe da viele Konter. Da muss man halt mal schauen. Kanone, Barbarenhütte und Kobold-Riese. Ja. Schade. Musik 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 seis Musik Bis zum nächsten Mal.